UNTERTITELUNG Glaub mir, das ist für mich noch wesentlich demütigender als für dich. Gin bis hier, Wasser bis hier und ein Spritzer Zitrone. Wie viel trinkt so eine Alkoholikerin eigentlich? Zwei Kisten in zwei Wochen? Das ist beachtlich. Ja? Ich mag es nie wieder, ihn zu verwässern. Möchtest du noch einen Versuch? Es scheint, ich habe keine Munition mehr. Ich bin überrascht, dass du ihn fortgeschickt hast. Du hast immer gesagt, es hat dein Leben versaut. Das hält ihn von Ärger fern. Wieso bist du hergekommen? Können wir nicht erstmal Smalltalk halten? Du hast ein gebrochenes Bein und du und Dad hasst einander. Nein, ich hasse ihn nicht. Sie war wirklich da, in der Front, hat Fotos gemacht. Sieht aus, als hatte sie eine Menge Spaß. Ich sag euch was, wir sollten eine Party geben. Han hat sich wohl rumgesprochen. Klingt, als wäre dir genau mein Kaliber. Was willst du? Noch eine leidenschaftliche Liebesaffäre. Ich hätte sie nicht in unser Leben lassen dürfen. Sie wird nicht ewig bleiben. Das wäre schade. Die meisten Menschen mögen Sonnenuntergänge. Ich liebe den Sonnenaufgang. Noch mal! Was sind das ganze Welt? ARD Text im Auftrag von Funk